Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video und zwar Roblox und ja, unsere neue Stärke, Lautstärke 16 und heute spielen wir vielleicht Chris Alive, aber wenn es nicht funktioniert, spielen wir was anderes. Ich werde, ja, heute kommt auch ein Minecraft Video, Part 6 glaube ich, oder? Ja, Part 6 muss ich noch hochladen, ansonsten spielen wir wieder Cat, haben wir ja letztes Mal auch gemacht. Habe ich das Minecraft Video schon hochgeladen, Part 6, 8, Part 5? Ich weiß. Ja, okay, wir müssen Cat spielen. Nicht Cat Katze, sondern hier, K.A.T. Ausrufezeit. Yo Leute, was wollte ich nochmal sagen? Keine Ahnung. Falls euch das Video gefällt, einen Daumen hoch, falls es euch nicht gefällt, einen Daumen runter, abonnieren, damit ihr keine weiteren coolen Videos verpasst und die Glocke aktivieren. Keine Ahnung, warum, aber bitte mal aktivieren. Äh, alles ist kostenlos, außer wenn ich bald live streamen, äh, kostet, äh, Dings, und kostet, sich liegt selbst schon etwas. Wir müssen etwas leiser machen. So 15 ist, sagt sofort unsere Lautstärke. Ja Leute, warum ist der Ton weg? Ich weiß nicht, Leute. Explodier doch! Ich muss das Spiel von richtig starten. Sobald es richtig funktioniert, sehen wir uns gleich wieder. Leute, wir hoffen jetzt mal, dass es funktioniert. Wir sind gerade nicht in einer neuen Runde, aber, äh, jetzt tut alles, äh, wahrscheinlich, vielleicht laden. Also. Das ist, glaube ich, ein richtig guter Player. Der hat sogar den Dead Beam für 6.000 Bucks gekauft. OMG. Uh, der wurde erwartet. Mal gucken, ob wir jetzt jemanden erwischen. Äh, laden. Äh, laden. Äh, laden. Äh, laden. Ii. Die Explosion hat ihn getroffen. Habt ihr das gesehen? Die Explosion hat ihn getroffen und ist nicht gestorben. Leute, ich werde für eine Zeit nicht mehr antworten, weil ich muss mich hier hart konzentrieren. Mann, nerven mich mit den Batterien. Ich werde ab jetzt nicht mehr antworten. 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 liebe dich okay jetzt kann ich wieder antworten nicht weil meine mutter ok leute so leute das war's mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja einen daumen hoch wenn nicht daumen runter und abonnieren damit keine weiteren coolen videos mehr verpasst und die glocke aktivieren und dann dann sehen wir uns morgen wieder